. Meine Position ist Rückraum links und ich finde es einfach mega, wenn ich aus dem Rückraum meiner Größe den Ball im Winkel sehe. Geil am Handball ist einfach, dass man da mal ein bisschen auf die Fresse kriegt. So die Zweikämpfe, wenn man da eine Zwei-Minuten-Strafe holt, auch wenn es weh tut. Natürlich nicht übertrieben, aber das macht dann schon Spaß mit einer vollen Halle. Dass man da einfach sein Team irgendwie mit nach vorne pushen kann, also einfach dieses Gemeinschaftsgefühl im Handball, finde ich echt schön.